Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Bausimulator 2015 zusammen mit dem Toto und dem Lehrling Achim. Gute Arbeit soweit. Würdest du mit dem Kinderbereich noch weiter gießen? Nein. Du hast eine Million auf dem Konto. Nice. Sehr guter Meister. Neuer Baubereich. Innenstadt. Und die Fertigwandfabrik. Tieflader Zugmaschine. Geht ihr die schon holen oder was? Geht ihr die schon holen oder was? Ja. Super. Und denn? Ja, der Marco fährt wieder. Oh je. Kannst du mal rausspringen? Okay. Oh, hier geht's runter. Naja. Erst einen Anhänger mieten und dann das Zeug da drauf. Möchtest du das genehmigen? Ja, ausnahmsweise. Noch ein Fahrzeug? Ne. Huch, das war verkehrt. Steht ihr jetzt einen Anhänger? Ja. Ist da schon was drauf? Ne. Ich kann hier aber nichts anklicken. Bei der. Ja, ich komme schon. Ich kann nur die Anhänger. Er kommt schon. Ja, klar. Unser Laving wieder. Ist kaputt. Kann das vielleicht nur ich kaufen oder so? Kann auch sein. Mit was für einem Wagen seid ihr denn da? Klar, da ist Zugmaschine. Ja, ich komme mal eben. Ach, du, das ist so eine schlechte Idee, dass wir beide jetzt hier einsteigen. Wieso? Er wollte auch noch hier einsteigen. Wieso, der ist doch da. Wo ist denn der? Ich bin noch nicht da. Ach, du bist noch nicht da. Jetzt. Was wollt ihr denn haben? Wird dann was stehen da oben, was wir brauchen. Ich kann noch nichts kaufen. Vielleicht geht das erst, wenn wir soweit sind. Genau, ja. Trockenwand-Elemente, Toto. Ja, fahr zum... Was steht da? Ich fahre zum Baustoffhändler und transportiere die Ladung in den markierten Bereich. Ich lade die ja gerade auf. Ich dachte, ihr holt die anderen Dinger schon. Ich besorge achtmal Fertigwand von der Fertigwandfabrik. Genau. Dann müssen wir das andere erst machen. Aber das muss jetzt. Ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da. Du lässt fallen und ich mach die Spanngurte dran. Geht das? Läuft. Fahr mal die Stützpüße ein und dann lass losfahren. Ach, ich bin als Fahrrad drin. Ich hab grad gedacht, zu wem sagt ihr das? Ich glaube das nachher, irgendwann wird das selbst schmerzen. Kriegen wir eigentlich nochmal eine größere Firma oder sowas? Nee, das ist die große hier. Größer geht nicht? Nee. Geht's denn mit DLCs noch größer? Nee. Also nur Fahrzeug und Bauaufträge. Ja. Okay. Noch mehr Bauaufträge. Okay. Also jetzt haben wir auch Innenstadt freigeschaltet. Wir können auch irgendwas in der Innenstadt bauen. Oder wurde grad zumindest bei mir freigeschaltet. Ich bin Stufe 14. Okay. Jo. Ich dachte ich schaff das, ey. Die Kollision hier ist doch der Hammer, ey. Ich bin auf Bausimulator 2 gespannt. Kommt ja nur als App, ne? Ja, hab ich mich für die Beta-Version angemeldet. Okay. Jetzt war nur für iOS, nach wie vorher. Und du hast iPhone oder was? Ach, iOS ist iPhone. Ja, ja. Tablet. Schwing dich mal den Kran. So, was ist denn danach dran? Die Wende. Oh, wir haben drei neue Sonderaufträge. Die Reichen und Schönen, Lagerhalle mit Anbaubüro und das Stadion. Stadion, das ist gut. Warum? Da musst du die Flutlichtmasten hinbringen und den Rasenplatz verdichten und all sowas. Also meinst du, wird schön, ja? Ja, auf jeden Fall viel zu tun. Das ist gut. Komm schon mal an. Ja, kannst du machen. Kannst ja zwei annehmen. Und dann müssen wir ja auch was arbeiten. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Das soll ich Ihnen nicht in Hektik ausraten. Okay. Das ist geil. Ja. Das ist geil. Ja. Das ist geil. Ich hab's leider nicht ganz gesehen. Scheiße. Ich wollte grad gucken, was für Aufträge wir so alles haben, auf einmal sehe ich nur noch, wie irgendwas wegfliegt, ey. Wohin wir die nächste, ich mach das schon. Oder so. Ach scheiße, ich komm gar nicht bis ganz dran. Die Steuerung von dem Kran ist sehr eigen. Ich komm nicht weiter dran, tut mir leid. Ja, ich kann den Kran schieben. Er ist drin. Hol die nächsten zwei. Ich kann den Kran schieben. Jetzt ist der andere auch nicht mehr drin. Ja, ist drin. Wo die nächsten? Da ist ja keine Abdichtsblende dran. Das wär so geil, ey. Wenn du, äh, wie heißt es hier so, ähm, abreißen könntest. Gibt es da auch ein Spiel? Was? Gibt es da auch ein Spiel? Ich mein, ja, irgendwas war da, ja. Äh, Demolition Company. Ja. Können wir die Scheiße da abreißen, die wir aufbauen? Ja. Wartet eben. Ich muss in die Baustelle. Oh, hier auf der Straße, ey. Kann man richtig heißen jetzt. Wir werden eigentlich rückwärts. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, 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 oh. Nicht mal gerade ausfahren kann, ey. Jawoll. Jawoll. Erstmal die linke Seite total zerkratzt. Okay, guck mal, jetzt wird's besser hier. So, meine lieben Freunde, wir sind noch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn's euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.